So, dann schauen wir uns die Aktiv-Passiv-Minderung noch zum Schluss an. Verbindlichkeiten aus Lieferungen in Höhe von 1500 werden per Bank gezahlt. Ja, das heißt, 1500, die Bank nimmt ab, weil wir zahlen ja jetzt hier aus dem Bankkonto raus und die Verbindlichkeiten nehmen ab. Das heißt, wir haben jetzt also den Bogensatz Verbindlichkeiten, also wiederum Soll anhaben. Dann grundsätzlich kann man sagen, jeder Bogensatz sollte immer so gebildet werden, dass man mit der Seite des Kontos beginnt, wo man sich sicherer ist, dass man da auch nichts verkehrt macht. Wenn man etwas von der Bank zahlt und weiß, das Bank ist ein Aktivkonto, naja, dann sollte man natürlich wissen, dass das Bankkonto links vorgetragen wird, also im Soll, dann wird es rechts abnehmen. Und wenn das Bankkonto rechts abnimmt, dann muss das andere Konto im Soll gebucht werden. Ja, sonst kann der Bogensatz nicht mehr passen. Also immer grundsätzlich als Regel auf dem Konto beginnen, wo man sich sicher ist, dass man auf der richtigen Seite mit der Buchung unterwegs ist. Also Aktiv-Passiv-Minderung und jetzt gucken wir uns wiederum das mal in der Bilanz und im Schlussbilanzkonto an. Wir haben jetzt hier einen Endbestand bei der Bank von 2.000. Das heißt, die Bank hat offensichtlich abgenommen von 3.500 auf 2.000. Und des Weiteren haben die Verbindlichkeiten abgenommen von zuvor 3.000 auf nunmehr 1.500. Das heißt, die Bilanz ist also jetzt hier verkürzt worden vor 50.000, jetzt nur noch 48.500. Das sind also die vier Grundfälle der Finanzbuchführung. Das heißt, die Bankkonto rechts abnimmt, dann muss ich jetzt hier verkürzt werden.